Hallo zusammen, ich begrüße euch zunächst auf einer Co-Stunde. Ihr braucht für die Stunde zusätzlich die Slides bzw. die zwei Tücher. Habt ihr Teppichboden, könnt ihr Plastiktüten nehmen. Ich zeige euch aber auch die Übung, ohne die Slides ist es auch machbar. Okay, dann werden wir schon auch gleich beginnen mit dem Warm-Up. Okay, Maschino, jetzt! vier, drei, vier, acht, 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 acht. Noch mal. Vier, drei, zwei. Wir bleiben offen. Vier, drei, zwei, 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 zwei. Die Reisen sind schöner, aber hoch. Vier, drei, zwei. Wir bleiben offen. Wir ziehen zur Seite. Vier, drei, zwei, zwei. Wir bleiben offen. Noch mal. Link, vier. Noch mal. Arme seitlich. Du bist zur Schulter. Vier, drei, zwei, drei, zwei. Vier, drei, zwei, drei. Vier, drei, zwei. Vier, zwei, drei. Vier, drei. Aussage desktop. 15. 20. Hülha. Foh, kalkne. 100. 30, 29. P vezes hemos pod. Und jetzt geht's. Und jetzt geht's. Und jetzt geht's. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vier, drei, vier. Wir gehen nach hinten. Vier, drei, vier. Wir gehen jetzt los rein. Wir gehen nach hinten. Nach hinten. Vier, drei, drei. Marschieren Platz. Wir beginnen mit der ersten Übung. Wir brauchen Musik ein bisschen leiser. Wir beginnen mit den Gleis. Mit den Tüchen. Hände haben wir hier. Wir machen es von der Seite hier vor. Wir kommen mit den Beinen hin. Wir ziehen gerne mal nach vorne zurück. Vielleicht können wir oben das Weiß machen. Wir gehen jetzt tief. Zusammen. Wir gehen mit rechts. Vier, drei, vier. Vier, drei, vier. Wir gehen zurück. Sie rentieren. Das ist gut. Das ist gut. Im nächsten Zenten. Vier. Drei. 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 Wir wechseln die Seite. Schön im Autspann noch mal ein Tipp. Wenn es mit den Atem in der Kopf so anstrengt, dann können wir die Hände hier nehmen. Nochmal. Wir machen 16 Wiederholungen auf jeder Seite. Vier. Drei. Zwei. Alles. Beine ein bisschen breiter als Hüfte. Fußspitzen etwas nach außen. Wir schieben den Ton nach hinten. Langsam aus. Richtig ist hinten auf der Ferse. Ton nach hinten. Fünf. Die Arme. Noch mal. Vier. Drei. Zwei. 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 Augen. Zwei. BisGM! Zwei. 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 zero conversion. Hände an die Nieren der Rüfte. Rauchspannung halten, festbleiben. Letzt. Schöne Ruhe nach hinten wegschümmeln. Die letzten. Vier. Drei. Zwo. Lösen. Wir machen drei Sätze. Komm zurück zu den Slides, zu den Tüchern. Hände in der Kopf. Knie leicht durch. Noch vier. Drei. Zwo. Zwo. Hände. Draht. Rauchspannung halten. Noch vier. Drei. Zwo. Sechste. Andere. Vier. Schön nach hinten wegschieben. Und vier. Sechste. Noch vier. Drei. Zwo. Und los. Beine Hüssen, drei, eins, Hüfte. Arme über Kopf. Bauchschmeißen halten. Noch vier, drei, zwei, tief vor. Knie, wo du Hände nach oben kommst. Nicht bei hinten aus, das geht es. Noch nach oben. Vier. Vier, drei, zwei, Beine öffnen. So, nach hinten wegschieben. Kommen wir an die Linse, eine Fohre schränken. Halten die Bauchspanne. Ein Stück kommen. Neh, woher, wenn du nach oben zurückkommst. Arme über Kopf. Und vier, drei, zwei, und los. Zurück zu den Tüchern. Mach's nach vorne. Hände sind hier. Bauchspannung, Knie gewollt. Und vier, drei, zwei, höchst. Rutschen. Ratschen. Geht ihr da raus, vorne das Bein. Knie und Ferse, fast rüber nach vorne. Ratschen. 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 Deni sorry, incorporate. Die, die, die sind. Ratschen. Und tr Minh. Ratschen. Aus. Barschen. Ratschen. Adelt. Ein bisschen breiter als Rüfte. Adem über Kopf. Tief hoch. Aufspannung in den Tiefkopf. Hier drücken, wenn du nach oben zurückkommst. Und jetzt. Vier. Drei. Zwo. Weiter. Und jetzt. Und. Rühren die Füße nach hinten weg. Er bleibt fest. Halt den Bauch. Aufspannung. Vier. Drei. Zwo. Alles. Ein bisschen ausschütteln. Kurz was dringend. Komm mal zur Mode. Zwo. 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 O. Langsam. Noch ein Höhe des Vors, hier das Ende, Höhe des Bekens, noch 5, 9, 5, up, all knees, noch 5, 4, 3, 2, am nächsten Mal halten wir oben, linke deinen Bein an, Flusspitze anziehen, 3, 2, halte die Bauchspanne, zieh den Bauchrahmen nach innen, noch mal, einmal nach den Bein, das ist gleich und ich gleich an, noch 5, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 4, 4, 4, 5, Schön nochmal hier die Bauchspannung, Fußspitze ranziehen, auf, so, heben, tief, die Beckenhöhe anheben, darauf achten, dass der Degel hier parallel bleibt mit den Beckenknoppen, die Bauchspannung halten, nochmal, schön die Fußspitze ranziehen, bisschen Spannung hier gut da ist, nochmal, vier, drei, zwei, und das nächste Mal halt hier oben, mal ranziehen, fünf, sechs, drei, Fußspitze ranziehen, bisschen leid, Seckensoße parallel, halt in, nochmal, noch, vier, drei, zwei, und, nehmt euch auf die andere Seite, kommt hier ein bisschen nach vorne, wir brauchen mal die Tücher, kommt ganz nach vorne, so anfangen zu der Mann, dann darf der Boden, wo schiebt es? Füße stellen wir erstmal nicht auf die Tücher, Ende zur Seite, Schultern von den Boden, die Hände des Degels, auf, so, nach oben, langsam schieben, kurz von Boden, abdrehen, ab, schön rein, nach oben, aus, schieben, große Sagen, schneiden, wenn du nach oben kommst, hier schön fest, wir arbeiten mit dem Meter oben, stecken die großen Koste, unteren Rücken, ein Talent, vic, also noch mal, noch mal, vier, drei, und zwei, wir bleiben hier, stell die Füße auf die Tücher, So dass die Ferse auf den Tüchern aufstehen. Wo anheben? Abwechslung, ein Bein nach vorne. Sechs, drei. Sechs, drei. Das ist ein Bein. Nach. Da noch mal. Noch vier, drei, zwei, eins. Dreht euch noch mal hoch. Wir wissen hier, Füße schnappt. Wir machen drei Sätze auch hier. Schultern zu den Ball, Bauchspannung. Rechter Fuß nach hinten. Fuß mit zur Hand zu ziehen. Schön fest bleiben hier. Auf zwei Seiten nach oben. Dreht euch hoch. Schultern zu arbeiten und die Anspannung halten. Alsdann. Noch mal. Okay. Noch mehr. Einer. Kommen die Beine nach oben. Hals, anlinke. Würstel, weg, reißen. Die letzten. Vier, drei, zwei, neun. Wechsel die Seite. Rauchspannung. Vier, drei, zwei, zwei, zwei. Fußspitze reinziehen. Becken hoch. Das Bein. Schöne Hohspannung halten. Willst du anstrengend auf den Hänzen, könnt ihr hier auch mal auf den Eckenbogen zurückkommen. Besser ist aber auch die Hände. Ihr könnt auch hier auf der Faust stützen. Ihr könnt es ausprobieren. Noch mal. Aufspannung. Einen Hammerloch. Aufspannung. Und dann oben. Oben halt. Einen Tinken. Öffnen. Sechs. Drei. Umspannung. Rückhalten. Die letzten. Vier. Drei. Zwo. Und. Wieder hier noch mal zum Rücken. Erst ohne Tücher. Noch vier. Drei. Zwo. Auf zwei. Zwei. Auf. Tief. Tief. Ein Longchen rausschieben. Die laste. Und zusammenbleiben, wenn du oben bist. Schön fest hier zusammenbleiben. Und vier, drei, zwei, und absetzen kommen da auf die Tücher. Wenn ihr keine Tücher habt, dann schränkt ihr ein Bein abwechselnd nach vorne. Becken bleiben oben. Noch vier, drei, zwei, vier. Vor, lang, vor, lang. Habt ihr kein Tuch, schränkt zwei nach vorne. Becken oben halten, schön fest bleiben. 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 In den Vierfüßlerstand, letzte Runde, Schulter von den Hohen, Ausspannung, rechts bis bei der Hinsen, und erstmal raus, Flusspitze ranziehen. Und wenn du die Bauchspannung prüftest, nochmals. Vier, drei, zwei, und das nächste Mal halten wir oben, Bein anbinken, geht, weg, ran, weg, ran. Schöne Bauchspannung halten, Bruchspitzen anziehen, auch noch in den Po, nochmals. Vier, drei, zwei, und absetzen, wechseln die Seite, Fußspitze aufsetzen, Fußspitze rein, auf, zwei, und drehen. Durchhalten, schön die Spannung halten, Abuchspannung. Wechseln noch parallel, einmal noch. Wir kommen dazu, beim Anwinkeln, lösen, weg, ran. Nochmals. Nochmals. Die letzte, vier, drei, zwei, alt. Reder laufen, Rücken. Erster mal wieder nach oben heben. Vier, drei, zwei, 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 drei, zwei, drei, zwei, drei, zwei, drei, vier, drei, zwei, eins. Und die Pestos abdressen. Pestos abbleiben. Einmal ein paar Taus schieben. Noch mal. Noch vier. Drei. Zwei. Abzett. Füß auf die Füßchen. Klappe, nach vorne. Denken an und nach vorne aus. Noch vier, drei, zwei, ab. Denken an und nach vorne. Schöne Stenkelbogen halten. Schöne Stenkelbogen halten. Noch nach. Noch vier, drei, zwei, ab. Kurz ein bisschen die Beine ranziehen. Und unseren Rücken etwas entlasten. Alles. Wir kommen zum Bauch. Wir beginnen den Seitenweg. Gaube an die Stirn, Fingern in den Kopf. Vier, drei, ab. Noch vier, drei, zwei, vier. Andere Beine zieht nach vorne. Schön ein Drehen zur Seite. Kommt immer leicht, Stütze, Beine zu. Noch nach vorne. Da ist es. Atmen hier. Noch vier. Drei. Zwo. Arme. Ein Ball steht auf. Das andere ist am Boden. Die Arme sind hier. Wir versuchen den kompletten Oberkörper nach oben. Vier. Drei. Zwo. Zwo. Tief. 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 Wenn es hier zu anstrengen, dann hebe nur den Oberkörper hier nach oben. Lass das Bein am Boden. Und zieh den Oberkörper gerade nach oben. Schön die Bauchspannung hier am Alten. Letzten. Vier. Drei. Zwo. Wir wechseln die beiden Seiten. Letzten. Vier mehr. Vier. 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 Und gleich hier. Beine Oma an. Bewegung in. Dauer die Stabil. Häng an den Hinderkopf. tiefen. Und nach links. Hopp. Garthia. Drei. Zwolle. Machen wir los. Ein Bein streng. Hände sind hier vorne. Auf zwei Zeilen. Zurück. Zurück. Weit gut, kommen wir nach uns an. Zurück. Zwo mehr. Ein, zwei, sechs. Nochmal. Zwei Mal noch. Ein Ausliefer. Letztes Mal cycling. Daumen an die Stirn. Aufwechseln. Noch vier. Drei. Zwei. Auslösen. Macht euch lang. Zieh weiter auseinander. Füße weg, Hände weg. Bleibt schön liegen. Beginnen wir in Spannung. Und wir nehmen die Beine zu uns rein. Richtig schön lief dran ziehen. Füße absetzen. Rechtses Bein geht nach oben. An der Bade fassen. Anziehen. Linkes Bein ablegen. Bewegt hier den Fuß vom rechten Bein. Zieh also ein ruhiger bisschen dichter zu dir ran. Bewegt hier. In der nächsten Niederseite. Dran gegen. Zwei Mal schnall ziehen. Bewegt den Fuß hier. Und hier. Einmal gingen. Einmal gingen. Nehmen wir die Fußsohlen zueinander. Lass die Beine zur Seite hin aufklappen. Schon gleich ein bisschen atmen. Mit den Händen wir schließen. Nehmt die Beine zu dir ran. Wir schlagen vier nach acht. Das Ganze zur anderen Seite. Wir kommen hier zurück. Wir drehen uns auf den Bauch. Wir drehen uns auf den Bauch. Rechte Hand geht zum rechten Fuß. Fußgeleck. Kopf legt mal hier auf den Arm. Schauen wir uns an. Anziehen mit den Bubelschenkelvorderseite. Wir drehen uns an. Die Beine zu zweit. Und das Ganze zu zweit. Wir drehen uns an. Und das Ganze zu zweit. Wir drehen uns an. Und hier nochmal lösen. Wir drehen uns zur Seite. Wir kommen über die Seite nach oben. Setzt euch hier nach vorne. Rechter Fuß auf den linken Oberschenkel. Linkes Bein an. Oberkörper abstützen. Brust abschieben. Jetzt die linke Fußspitze reinziehen. Schön offen bleiben in der Brust. Wir wechseln die Seite. Brust rausschieben. Fußspitze rein. Alles. Setz die Beine zur Seite hin auf. Komm hier nach oben. Ein Fuß weit nach vorne. Beschiebenes Becken hier vor. Zieh den Arm nach oben zur Decke raus. Bein waschen. Alles. Wir wechseln. Fuß weit nach vorne. Ecken vorschieben. Und zieh dich hier weit nach oben raus. Der hintere Fuß und nicht nach oben hier. Komm nach vorne. Hier noch einmal einatmen. Zieh dich zur Decke. Lass dich weit ausatmen. Zieh ihn nochmal hoch. Lass dich weit ausatmen. Ausatmen. Einmal noch. Ganz geschafft. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.